Was meinst du denn hinter mir? Hinter dir ist gerade ein Creeper explodiert. Du merkst? Der Creeper ist egal, als er dir hinterher... Ich schreie noch hinter dir! Und du schaust nicht hinter dir! Ich war da ein Zombie, was? Ich dachte, du meinst... Du meinst... Du meintest... Der Zombie ist vor dir auch nicht hinter dir. Ach, hinter dir! Hinter dir! Ach, egal. Vor dir auch. Was bin ich jetzt? Ich sterbe! Ich sterbe! In Experience Level... Oh! In Experience Level... 1,5... Oh, Mine! Ach so, hier waren wir schon! Schau mal hier! Hier ist noch ein Gang! Okay, seit wollten! Der Gang ist ein Toter Gang! Oh, doch nicht! Oh, Mine! Ja, aber da waren wir doch schon. Du warst hier schon. Du warst hier schon. Nen, 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 nen! Hier geht's noch weiter! Warte, doch nicht! Warte, doch nicht! Ich weiß nicht! Welches hier? Kommt doch herunter, du peindliches Vieh! Geht's noch? Ah! Hm-hm. Das wird noch sein, du... das nach da das was tut wirklich hier ist ganz viel schlimm wirklich ja ja auch umsonst gelungen m m gut die Schuhe ein Geckenweiten Abend von der Schuhe das ist doch immer nur Eisen das sagen sie alle, wirf ein Paket Erde raus ich hab kein Paket Erde mehr das glaube ich nicht doch, warte, noch ein Slot habe ich noch hm, was siehst du? so hm aber ich hab jetzt deine Spitzfragen hier wo bist du? ich steh hier vorne Aua Boom, irgendwas zischt hier? gewaltig da hat grad irgendwas richtig gewaltig gezischt da hat grad irgendwas richtig gewaltig gezischt Aaaaah Gott, das schreckt mich doch da hinten könnte was wo bist du denn auch da? hab ich ein Problem ich hab einen Slot, aber ich kann nicht frei liegen ideologisch ist das? nö ja, zum Beispiel hier sowas wie Eisen zu dumm, um was reinzutun einfach rüberlaufen, rüberkommen zu müssen, ne? ja, ja ja, ja ja, ja, ist aber immer noch leckerig im Arsch Aaaaah oh warum stirbst du denn? war voll beabsichtigt ach, du stehst drauf, wa? mhm macht mir Spaß Slash Book Slash Book Slash Book Slash Book Slash Book So, jetzt prob ich das nochmal mit dem Eisen hier, das wär komisch jetzt hab ich uns Flot zu viel warum hab ich 64 Rollenflash? mhm haha, ich hab ein Zombie gekillt leider ist er dabei runtergefahren ach ne, der liegt noch Alter, kannst du den ja killen, der braucht nur noch einen Schlag wo denn? über, unter mir ich teleportier mich mal zu dir ey, das ist so unlogisch was? ich hab das Slot frei gesammelt, kein Eisen auch mhm und ich hast du's gesammelt ah hä? vor dem Back wo hab ich denn mal jemanden schmeckt hier? und du? hm ach, da war ne Axt versteckt ist ja lust was war da versteckt? ne Axt oder sowas unlogisch ich hab auch ne Axt aufgenommen ja die war meine die war irgendwie überflüssig und warum war da jetzt ne Axt versteckt? ja die war nicht angezeigt fragt man sich warum aaaaaaaaaaah big hole und warum hast du jetzt deine Axt weggerufen? weil ich Eisen auch sammeln wollte weil die Axt eh fast zum Arsch ist ich hab auch eine fast im Arsch ich hab auch eine fast im Arsch ich hab eine fast im Arsch ich hab Eisen gefunden jetzt hab ich eine immer noch im Arsch aber nicht mehr so Arsch nicht mehr so grünes Mist ein bisschen Eisen muss sein ein bisschen Eisen muss sein da kommt der Stahl von ganz alone ilate wow wow nja wuuu ach du proberst das BVP ist noch aus, an, äh, aus, an, noch. Ich dachte, das war's, du, wie sagtest du. Achtung, es ist gelöst! Pfff, oh, Entschuldigung. Hä, ist er schon tot? Oh nein, da steht er noch. Verschwinde, du, Mitvieh. Versteckt sich das da? Ah. Der arme Bandit ist erkelt. Oh. Aber nix hindert mich an Let's Play. Oh, du bist so heldenhaft. Ich weiß. Das täten wir ohne sich. Ach, da wisst ihr schon was. Alleine in Minecraft. Oh, da hängt eine Spinner rum. Komm, hier, Spinnen. Oh, die Spinner hat sich in den Tod gestört. Dann würdest du wahrscheinlich mit... Dann würdest du wahrscheinlich mit... Oh, let's play. Wenn die Mann... Ich kann die Spinner nicht. Ich kann das weg. Äh, die Kies... Nein, ich hab keine Pfeile. Und Kohle. Äh, äh, komm her. Wo immer auch komm her. Hier. Äh, wo ist hier? Da. Wo? Hier. Ah, ich seh deinen Namen. Ich auch deinen. Wo ist dir die Nase? Ich seh dich. Über dir. Ah. Weil ich kotze dir mal was runter. Ähm, ich kotze dir mal was runter. Das hast du aber nicht schön gekotzt. Dafür aber lecker. Ja, okay. Sehr ansehendig. Oi. Schmeckt besser als deine Kotze. Ich weiß gar nicht, wie meine... Hä, was für Themen sind das eigentlich hier? Obwohl, willst du wissen, dass ich nicht weiß, wie deine Kotze schmeckt? Äh, du bist so ekelig. Ja, was machst du denn, was ich hier denn noch treibe? Ich hab' nicht. Scheiße. Das hat man drauf. Ich hab' nicht mehr gebraucht. Bis zum nächsten Mal.